Sag mal, musst du meiner ganzen Firma erzählen, dass du arbeitslos bist? Ja, wie? Also, die Frau von Herrn Holz... Herr Holz ist ein Vollversager, genau wie seine Frau. Hast du jetzt schon bestellt? Wir sind jetzt ein Jahr zusammen. Es gab viele Veränderungen. Es gab auch Krisen. Aber vor allen Dingen gab es viele schöne Momente. Ja, alles hallo? Ich grüße Sie. Nein, im Moment noch nicht. Aber ich denke, dass sich die Angelegenheit auf jeden Fall später noch einrichten lässt. Wunderbar, bis dann. Also, Veränderungen. Es gab schwierige Momente, aber vor allen Dingen sind es die schönen, die uns zwei zusammenschweißen. Ich kann das nicht mehr. Das ist nicht mehr. Was denn? Ja, das ist mit uns. Das ist doch kein Zustand mehr. Zustand? Was denn für ein Zustand? Nein, das ist alles. Kein Cluburlaub mehr, keine Paris-Trips. Was ist denn so für ein Leben? Ach so, mach dir keinen Sinn. Ich schaff das schon. Ich werd wieder einen Job kriegen. Und sieh dich doch mal an. Das Zeug trägst du seit einem halben Jahr. So kann ich dich doch nicht mit auf die Firmenfeier nehmen. Entschuldige. Ich... Das war einfach nicht mehr tragbar, das mit uns. Dann... Ist es jetzt vorbei? Mach jetzt bitte keine Szene. Ich hatte heute schon genug Stress, Köln. Ja, du... Du hattest Stress auf der Arbeit, ne? Das tut mir leid. Das macht dir ja nicht leid, doch. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Also... Gibt ihr noch so'n Termin? Man will ja weiterkommen. Natürlich. Fürs Essen, ich mein für die Drinks, geh. Mach's gut. Vielen Dank.